Liebe Adi-Fans, der letzte Messetag ist angebrochen, das bedeutet Endspurt. Heute erwartet Sie nochmal ein spannendes Finale am Kreativstand A30 in alle 11.2. Tauchen Sie ein in inspirierende Workshops und die Vorstellung der neuesten Adi-Produkte. Und wer noch nicht am Hauptstand A15 war, heute ist die letzte Gelegenheit für fachkundige Beratung des gesamten Adi-Sortiments und der Neuheiten. Und natürlich besteht heute auch nochmal die Möglichkeit, Ihre Bestellung aufzugeben. Besonders für die Neuheiten, damit Sie einer der Ersten sind, die diese verfügbar haben. Kommen wir zum heutigen Programm. Um 12 Uhr geht es weiter mit Veronika Huck. Sie erzählt Ihnen, wie man Adi-Express-Workshops im Einzelhandel veranstaltet. Und um 15 Uhr gibt es noch ein letztes Mal das Adi-Express-Probekurbeln. Hier können Sie ein Stirnband oder auch eine Mütze in nur 30 Minuten fertigstellen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen uns allen einen kreativen und erfolgreichen Abschluss der Messe. Ihr Adi-Team